Warst du nicht fett und rosig? Warst du nicht glücklich? Bis auf die Geschwärtschwerdigkeit mit den anderen Kindern schreiten mit Mama und Papa. Oh, fick es an? Was ist passiert? Was hat dich bloß so ruiniert? Oh, fick es an und wann? Was ist passiert? Was hat dich bloß so ruiniert? Dass sie nicht zuhören wollten oder nicht glauben, waren sie zu dumm zu nehmen und zu verstehen, wovon du gestreut hast. Können sie die Wahrheit trauen, du und ich einstwerden, denn ihr kam das gar nicht. Und wenn sie damit nicht raten, seh ich noch an, was ist passiert? Was hat dich bloß so ruiniert? Dann fing es an und wann? Was ist passiert? Was hat dich bloß so ruiniert? Einfaches Etikett, kein teures Glanz, Goldpapier, nur ein simpler Kronkucken, keine teure TV-Werbung. Und alles in einem fruchten Kasten. Riesersparnis zahlt sich aus. Wir haben so viel aneigen Fahrt. Und auch Fahrt, Worte und Qualität und Arbeitsplätze. Wir setzen ihr Geld besser rein. Und da leiden sie jetzt weniger für ein gutes Produkt. Ohne Riss, sozial Romantik. Und wo fing es an und wann? Was ist passiert? Was hat dich bloß so ruiniert? Ja, kannst du nicht laufen oder war's nicht schief? Und wie ist die Wunde? Noch tief in deinen Männern kannst du dich nicht erinnern. Wenn es doch nicht, doch weiß Gott, wie privilegiert. Wofür ist dann, was ist passiert? Was hat dich bloß so ruiniert? Wofür ist dann und wann? Was hat dich bloß so ruiniert? Wofür ist dann, was hat dich bloß so ruiniert. Wofür ist dann, was ist passiert? Wofür ist dann, was hat dich bloß so ruiniert? Untertitelung des ZDF für funk, 2017